Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Teil 2, zum Matura wieder für die BHS, für die BAFEP und die Berufsreifeprüfung, auf der habe ich glaube ich in Teil 1 nämlich vergessen. Ja, das heißt diese Matura deckt jetzt diese Bereiche, Berufsreifeprüfung und die BAFEP. Kommen wir zur Aufgabe 6, die Avengers. Die Avengers sind eine Gruppe von Superhellinnen und Superhellen des Comic-Verlags Marvel. Neben den zahlreichen Comics gibt es auch mehrere Verfilmungen ihrer Geschichte. Die verschiedenen Superhellinnen und Superhellen tauchen dabei oft in mehreren Filmen auf. Die nachstehenden Tabelle sind die vier Superhellen, Captain America, Hulk, Iron Man und Thor, ausgefüllt, also wo die mitgespielt haben. In Civil War haben beispielsweise Captain America und Iron Man mitgespielt. Kennzeichnen sie im nachstehenden Wenn-Diagramm denjenigen Bereich, in dem Iron Man liegt. Ja, A ist die Menge der Superhellen, die in Avengers mitgespielt hat. C die Menge der Superhellen, die in Civil War mitgespielt haben und R die Menge der Superhellen, die in Ragnarok mitgespielt haben. Jo, jetzt schauen wir mal, der Iron Man, der interessiert uns jetzt. Wo hat der Iron Man mitgespielt? Der Iron Man hat bei Civil War mitgespielt und der Iron Man hat bei Avengers mitgespielt. Das heißt, der Iron Man ist da in der Schnittmenge von Dezua drin. Er hat allerdings nicht in Ragnarok mitgespielt. Das heißt, er befindet sich da, in dem Bereich, den ich da gerade markiere. Das ist der, da liegt der Iron Man, ne? Drinnen. Gut, so hast du es einmal erledigt. Aufgabe 1, gemacht. Geben Sie den Bereich des Venn-Diagramms, in dem Captain America liegt, in der Mengensymbolik. Die Mengensymbolik ist das da. So, wo liegt jetzt der Captain America? Nehmen wir uns den einmal hervor. Der Captain America haben wir da. Und den Captain America haben wir da. Das heißt, der Captain America ist eigentlich genauso wie der Iron Man in der Menge da drinnen. Ich markiere die jetzt an der Grün, der ist sozusagen da drinnen enthalten. Nur muss ich die jetzt schaffen, irgendwie in Mengenschreibweise anzugehen. Und wie schaut das aus in Mengenschreibweise? Naja, was ich habe, ist im Prinzip A-Schnitt-C. Jetzt fällt ja was, wenn ich A-Schnitt-C habe, ist das da ja auch noch dabei. Quasi das R. Und das möchte ich jetzt noch loswerden, wenn ich nämlich A-Schnitt-C mache. Mich jetzt nicht markieren wollte, ist das verwirrend, aber dann habe ich quasi das da auch noch dazu. Das soll jetzt aber weiß sein, so wie da. Das heißt, ich muss quasi noch das R da weggeben. Das heißt, wir haben dann quasi noch ohne, so ein Querstrich, ohne R das Ganze. Das muss dann noch weg. Dass wir wirklich nur den grün markierten Bereich haben. Gut, Aufgabe 2 auch erledigt. Aufgabe 3, kreuzen Sie diejenigen Mengen an, die nicht leer sind, also die nicht leer ist. Also irgendeine Menge gibst du, die ist nicht leer. Das heißt, du hast irgendeine Typ, die bin enthalten. R, quasi die Ragnarok. Vom Ragnarok ziehe ich jetzt die Vereinigung von dem Film Civil War und dem Avengers ab. Das heißt, da habe ich den Hulk drinnen und da habe ich den Thor drinnen. Wenn ich jetzt die Avengers wegnehme, fällt der Hulk schon mal weg. und wenn ich, was ich nenne, Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt habe ich kurz niesen müssen. Wenn ich dann nehme ich den Hulk und Thor weg. Das heißt, ich nehme dann quasi von Ragnarok zwei Darsteller oder zwei der Figuren weg und dann bleibt nichts mehr übrig. Weil ja quasi C und A, das heißt, alle Schauspieler, die da und da sind, da jetzt abziehe ich. Das heißt, dann bleibt nichts mehr übrig. Das fällt weg. Jetzt schneide ich es erst. Dann die Filme Civil War und Ragnarok. Und wenn ich jetzt die Filme Civil War und Ragnarok schneide, dann ist das schon mal die leere Menge, weil es gibt keine Schauspieler, oder ich sage mal Schauspieler, keine Figur, die im Bein mitgespielt hat. Das heißt, da ist das schon die leere Menge. Das heißt, egal, was ich mit A noch mache, ich habe sowieso die leere Menge. Jetzt sehe ich von A, das heißt von den Avengers, wo die vier Leute da drinnen sind, die Vereinigung aus C und R ab. Das heißt, ich gebe da noch quasi zu Captain America und Iron Man, Hulk und Thor dazu. Das heißt, dann habe ich da auch alle vier in der Vereinigung. Und wenn ich von A jetzt die vier abziehe, dann bleibt wieder nichts übrig. Das heißt, wir haben wieder die leere Menge. Und jetzt schneide ich alle und es gibt keinen, der in alle drei mitgespielt hat. Das heißt, auch das ist die leere Menge. Bleibt Ergo nur noch das übrig. Denken wir es uns einmal durch. Ich schneide jetzt Ragnarok mit den Avengers. Das heißt, wenn ich das mache, wenn ich Ragnarok mit den Avengers schneide, dann sind Hulk und Thor die zwei, die im Bein drinnen sind. Und jetzt ziehe ich ihn nach Civil War ab. Aber in Civil War sind Hulk und Thor nicht drinnen. Das heißt, es kommen zwar Captain America und Iron Man, aber die sind sowieso schon nicht mehr da. Also das ist egal. Das heißt, es bleiben auch danach noch Hulk und Thor übrig. Und damit ist die Menge nicht leer. Das heißt, da werden Hulk und Thor, werden da noch drinnen. Gut, Nummer drei auch erledigt. Nummer vier. Geben Sie an, in wie vielen der drei O... Ah, da ist noch was vorgegeben. Der Superheld Black Panther liegt in der folgenden Menge. C ohne A vereinigt R. Das heißt, A vereinigt R wäre das Ganze da. Das heißt, der Black Panther ist da drinnen. Ich schneide ihn jetzt da so an. Da liegt der Black Panther drinnen. Ich schreibe jetzt einfach Black Panther, Black Panther, BP. Der liegt da drinnen. Gut, und die Frage ist jetzt, geben Sie an, in wie vielen der drei O... ...Filme Black Panther gemeinsam mit Hulk und Thor zu sehen waren. Hulk und Thor waren jetzt da nur in Ragnarok zu sehen. Das heißt, die waren nur in Ragnarok zu sehen. Nur da, da in dem Bereich quasi. Nur da waren die zu sehen. Also nur in dem Ragnarok-Film waren sie zu sehen. Weil dann sonst, wenn es nämlich dann in Civil War zu sehen gewesen wäre, dann müsste das auch noch markiert werden. Aber sie waren wirklich nur in Ragnarok. Das überschneidet sie dann ja schon. Aber es gibt keine Überschneidung. Weil sie, ja, also wie gesagt, da gibt es keine Überschneidung und da gibt es keine Überschneidung. Die waren tatsächlich, oder wenn ich jetzt sage, nur Ragnarok. Kann ich im Prinzip auch da alles anmalen. Es gibt da einfach keine Überschneidung zwischen denen. Weil der ist nur da zu sehen. Okay, das ist Ragnarok und das andere ist die Überschneidung. Da muss man jetzt immer ein bisschen aufpassen. Aber im Prinzip, es gibt, und das ist die Quintessenz, sie sind quasi nie gemeinsam zu sehen. Weil da müsste quasi, müssen Däten Däts war in Civil War mitspielen und das tun sie eben nicht. Das heißt, wir hätten da quasi als Antwort Null. Gut. Das nächste, die Nummer B. In der nachstehenden Tabelle sind die Erscheinungsjahre und die Einnahmen der ersten sechs Marmelfilme angegeben. 2008 hat der Film 263,4 Millionen etc. eingenommen. Und da haben wir alle Werte da. Und die Entwicklung der Einnahmen pro Film soll in Abhängigkeit vom Erscheinungsjahr durch eine lineare Funktion beschrieben werden. Und das soll mit der Regressionsrechnung bestimmt werden. Und da braucht es immer einen Taschenrechner oder eben, was ihr immer habt. Also, na, ein Taschenrechner, so Casio zum Beispiel oder GeoGebra. Das war das nachdem ich gesucht habe. Schauen wir uns Statistik an. Leandro ist, das ist noch ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Alles löschen. Und jetzt gehen wir einher und sagen, T0 ist quasi unser Jahr 2008. Das heißt, 0, 0 für die ersten zwei Filme, dann der Iron Man war zwei Jahre später, drei Jahre später war der First Avengers, dann war der Thor und dann die Avengers waren vier Jahre später. Und jetzt gebe ich jeweils die Einnahmen für die anderen. So, 163,4, 585,2, 623,9, 370,6, 370,6, so ist richtig, 449,3. Und so gut der Lex, 1119,6, 1519,6, genau. So, dann gehen wir da auf Kalk. Regression, Linear, okay. Und das spuckt uns jetzt schon K und D wieder aus. Das heißt, unser K ist in dem Fall A mit 144,2,40 und 326,9,40. Das heißt, die Funktion FT wäre dann mal K, also die 144,2,40 mal T plus D, also 326,49. Das wäre quasi die Funktion, die da M aufstehen soll. Gut, als nächster steht, berechnen Sie den zugehörigen Korrelationskoeffizienten und auch der wird da ausgespuckt, das ist das R da. Das heißt, der Korrelationskoeffizient ist ungefähr 0,57. Also, dann schreiben wir einfach so hin, 0,57. Das ist dann der Korrelationskoeffizient. Ich schätze nicht auf, wie viel noch K, Stöme runden soll, aber es wird dann schon so im Kontext klar, dass das Ergebnis passt. Gut, also im Zusammenhang mit der Funktion oben. Nummer C. Auf einer bestimmten Online-Plattform werden Filme mit 1 bis 5 Sternen bewertet. In der nachstehenden Tabelle sind die Bewertungen aller 53 Marvel-Filme Stand 2019 eingetragen. Die Bewertung dieser 23 Filme soll in einem Kreisdiagramm dargestellt werden. Gut, damit ich mit einem Kreisdiagramm arbeiten kann, brauche ich eben häufig, also ich muss wissen, wie viel Grad sind das jetzt, also wie groß ist der Anteil von den Filmern, die quasi 3 Sterne haben. Und dazu brauche ich eben die relative Häufigkeit. Ich schreibe jetzt rel h hin. Und auf die relative Häufigkeit komme ich, indem ich einfach die Anzahl, da filme ich die 1 Sterne, 3 Sterne in dem Fall haben. So, ich schreibe die Sterne jetzt auch noch hin. Die Filme, die 3 Sterne haben. Quasi durch die Gesamtansaltivität und 23 Filme sind es. Also 3 Sterne hat A-Film, also 1 durch A-23. Und auf die Grad komme, indem ich eben 360 mal A-23 rechne. Und gerundet ist das dann ungefähr 16 Grad. Dann die 4 Sterne, 3,5. Wie viel füllen wir das haben? 6 durch 23, 6 Dreherzwanzigstel, also 360 mal 6 Dreherzwanzigstel. Und das wäre dann ungefähr, wie viel füllen wir das haben? Ach Gott, dann machen wir das wieder weg. Menü, 360 mal 6 durch 23 sind 94 Grad. Gut, dann kann man sich den Rest dann ausrechnen. Wir hätten mit 4, hätten wir ein 15,23. Das heißt, wir rechnen 360 mal 15,23 mal 15,23. Runden wir auch wieder auf. Es wird halt im Summe schon dann 360 rausgekommen. Aber ja, es wird eh nur so in etwa Geschicht werden. Und 4,5 Sterne haben dann eben A-23. Und da habe ich oben schon gerechnet, das sind ungefähr 16 Grad. Gut, das heißt, ich kann das für euch jetzt natürlich dann nicht gescheit einzeichnen. Ihr müsst jetzt ein Geodreieck haben, den Nuller quasi vom Geodreieck genau da anlegen. Und dann die Grad drauf messen. Und da irgendwo so werden es 16 Grad sein. Dann spiegle ich das gleich nach unten, der Einfachheit da. Weil das heißt, da haben wir drei Sterne. Dann soll ich der letzte Wert sein. Das soll das ungefähr gleichwohl sein. Das sind dann 4,5 Sterne. Und dann habe ich noch jetzt mit 94 Grad. Das heißt, jetzt das Lineal da so anlegen. Nulllinie wieder da. Und dann die Grad messen. Und dann 94. Und dann wird das so ungefähr da irgendwo sein. Und das hat dann, ja, jetzt sollte ich halt ungefähr hinkommen. Das ist jetzt ungefähr ein halber Kreis. Gott, ich hätte dann 360, also 180 wäre die Hälfte. Ja, das sollte man vielleicht ein bisschen weniger nehmen, weil das nicht so offensichtlich die Hälfte ist. Nehmen wir so ungefähr. Also, das ist ein bisschen ein Gewirkswerk, dass ich dann da aufs Richtige komme. Also, da sollte ein rechter Winkel sein. Das kommt ungefähr hin. Das heißt, dann habe ich da vier Sterne. Nein, da habe ich drei Sterne. Machen wir mal jetzt. Da habe ich 3,5 Sterne, sorry. 3,5 Sterne. Und das sind dann vier Sterne. Also, schaut, dass es mir das grob hinkommt. Also, wie ich es vorher gehabt habe, wären das genau 180 Grad. Aber es wären jetzt 235. Das heißt, so schaut es dann nicht ganz so schlecht aus. Aber ihr messt das hier. Ich habe das jetzt ja ein bisschen schätzen müssen. Gut, die Zufallsvariante x gibt die Anzahl der Sterne eines Films an, der zufällig ausgewählt wird. Wir sollen den Erwartungswert berechnen. Und da ist es ja praktisch, dass ich die Tabelle schon gestaltet habe. Das ist meine Wahrscheinlichkeit, dass er fünf an Sterne hat. Das heißt, die Ausprägung 3 mal die Wahrscheinlichkeit dafür. Plus Ausprägung 3,5 mal die Wahrscheinlichkeit dafür. Plus 4 mal die Wahrscheinlichkeit dafür. Plus 4,5 mal die Wahrscheinlichkeit dafür. Wichtig ist halt, dass die Wahrscheinlichkeiten da in Summe 1 ergämen. Und jetzt rechne ich mir aus, was der Erwartungswert ist. Das heißt, ich gehe her und sage 3 mal 1,23 plus 3,5 mal 6,23 plus 4 mal 15,23 plus 4,5 mal 1,23. Gut, und dann kommt da aus ungefähr 3,847. Das ist dann der Erwartungswert. 3,848, wenn ich es runde. 3,848. Das heißt, mein Film hat erwartungsgemäß 3,848 Sterne. Gut, Daniela wählt zwei verschiedene dieser 23 Filme zufällig aus. Und sie möchte haben, mit was für einer Wahrscheinlichkeit die Filme jetzt eine Bewertung von mindestens vier Sternen haben. Das heißt, ich muss da jetzt, ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich habe da jetzt ja quasi ein Experiment mit zurückgelegt. Und auf das muss ich dann eben jetzt achten. Und ich habe mindestens vier Sterne. 16 Filme haben mindestens vier Sterne. Das heißt, wenn ich jetzt ins Kino gehe und sage, gut, ich habe jetzt eine DVD-Sammlung und ziehe euch jetzt meine Avengers aus. Ich habe jetzt eine Wahrscheinlichkeit, da sind 23 Filme in der Sammlung drinnen in der Box. Und 16 von den 23 Filmen haben eine Bewertung von vier Plus-Sternen. Also vier und mehr. Und die restlichen sieben haben das Mnet. Das ist ein Mnet-4+. Den interessieren mich dann schon eher, weil ich interessiere mich nur, dass die 4 Plus haben. Und dann in weiterer Folge wieder 4 Plus, so wie ein Film schon angeschaut, sind noch 15 mit 4 Plus in der Box und 20 insgesamt. Da hätte ich dann zum Beispiel MtD nichts, sondern eben 7 Zwarerzwanzigstel für die, die mir jetzt nicht mehr vier Plus-Sterne haben. Das heißt, ich komme auf meine Wahrscheinlichkeit B, indem ich hergehe und 16 Zwarerzwanzigstel. Das heißt, die Pfade multipliziere mal 15 Zwarerzwanzigstel rechnen. Und wenn ich das jetzt mache, habe ich 16 Zwarerzwanzigstel mal 15 Zwarerzwanzigstel. Das heißt, 0,474 ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich mir zwei Filme anschaue, beide mindestens eine Bewertung von den vier Sternen haben. Kommen wir zur Aufgabe 7. Bei einem sogenannten Rundbrustel werden die Teile in Ringen aneinandergelegt. Der innerste Ring besteht aus vier Teilen. Die Anzahl der Teile jedes Ringes ist in der nachstehenden Tabelle angegeben. Das heißt, die Nummer des Ringes, also der innere ist im Vierer, dann werden es 10, 16, Zwarerzwanzigstel und so weiter. Die Anzahl der Teile im Ring kann durch die Folge Rn beschrieben werden. Begründen Sie, warum die Anzahl der Teile im enden Ring bis n ist 4 eine arithmetische Folge ist. Jetzt muss ich wissen, was eine arithmetische Folge ist und was für Eigenschaften der hat. Ich suche mal noch eine Folge, da findet man wahrscheinlich eh weniger. Und da sieht man schon eine arithmetische Folge. Und bei arithmetischen Folgen sehe ich, dass ich immer eine konstante Zunahme habe. Das heißt, für jeden Schritt dazu kommt ein T dazu. Das heißt, der Zusammenhang da, wenn ich jetzt mit dem T ausrechnen würde, für 4, dann hätte ich da von 4 auf 10, hätte ich quasi 10 minus 4, kommen immer 6 Teile dazu. 6er, 6er, 6er. Und deshalb ist es eine arithmetische Folge, weil es immer ums Konstante mehr Teile, wenn der Abstand ist einfach konstant. Das heißt, es wären je Ring um 6 Teile mehr für n kleiner gleich 4. Und deshalb ist es eine arithmetische Folge, weil immer 4 dazukommen. Je Ring, das bleibt gleich, das bleibt konstant, was da dazukommt. Nummer 2. Weisen Sie nach, dass die Anzahl der Teile im Endenring ab n ist 5 nicht mehr. Keine arithmetische Folge mehr ist. Und vermutlich wird es da jetzt, da nehmen wir ja genau, weil da haben wir jetzt 36 minus 32. Und das ist eben jetzt 4. Und das ist eben jetzt ungleich 6. Das heißt, jetzt ist das, was dazukommt, nicht mehr konstant. Das heißt, das entspricht dem, was wir vorher gehabt haben. Das ist eben unser Problem, das wir da jetzt haben. Da schlägt der Blitz ein. Gut, schauen wir weiter. Die gesamte Anzahl aller Teile bis zum Endenring kann bis n ist 4 mit Hilfe der nachstehenden Formel berechnet werden. Steht da, schön. Sn ist dabei die Gesamtanzahl der Teile im Endenring. n die Anzahl der Ringe und k und l sind Parameter. Und ich weiß, s1 ist 4 und s2 ist 14. Das heißt, für einen Ring habe ich 14 Teile und sonst habe ich 4 Teile und für 2 habe ich dann 14 Teile. Und wir sollen jetzt k und l einfach ausrechnen. Das heißt, ich gehe am besten her und setze die Information, die ich da habe, einfach ein. Beziehungsweise, wie würde ich auf s1 kommen? Auf s1 würde ich kommen, indem ich sage, k mal s1 heißt jetzt mal n ist 1, also ich habe an Ring, 1 zum Quadrat plus l mal 1. Und s2 wäre k mal 2 hoch 2, und für n einfach 2 eingesetzt, plus l mal 2. Und jetzt versuche ich halt die Informationen zusätzlich noch zu verwenden, was ich zu s1 und s2 habe. Das heißt, ich weiß, 4 ist gleich quasi k plus l. Und da habe ich 14 ist gleich 4k, 2 zum Quadrat, plus 2l. Und das, was ich da habe, ist jetzt nichts anderes als ein Gleichungssystem, das ich jetzt einfach nur lösen muss. Das heißt, ich gehe her und gebe das Gleichungssystem da ein, 4 ist gleich, ich schreibe jetzt wieder x, der Einfachheit halber, x plus y, 14 ist gleich 4 mal x plus 2 mal y, x, y. Und dann kriege ich aus, x ist 3, also k ist 3 und l ist 1. Und damit habe ich jetzt meine Parameter berechnet. Weiter zum Unterpunkt b. Beim Unterpunkt b haben wir jetzt folgendes. Vom Hersteller b gibt es Puzzle, deren Teilenzahlen der Folge bn entsprechen. b1 ist dabei die Teilenzahl des Größenpuzzles, das heißt des Puzzles mit den meisten Teilen. bn ist eben die Formel, die wir da sehen und das fünftgrößte Puzzle für n ist 5, hat 250 Teile. Und wir sollen anhand dieser Information jetzt q ermitteln. Das heißt, mein b5 wären 250 Teile. Das heißt, ich gehe jetzt her und sage 250 ist gleich, ich setze für n5 ein, 4000 mal q hoch 4. Und jetzt löse ich die Gleichung, die ich da habe, mit solve oder ich forme es halt einfach rum. Indem ich durch 4000 rechne und dann die vierte Wurzel circa. solve 250 ist gleich 4000 mal q hoch 4. Beist durch q, wenn ich mal wieder nicht x geschrieben habe. Und dann kommt also q ist minus 0,5, wird es nicht sein. q ist 0,5. Kann nur positiver Wert sein. Gut. Das heißt, das wäre quasi 1. 1, dann 2. Oder man ist ja noch zum Ankreizeln. Kreuzen Sie das, also das herstellt einmal das fünftgrößte Puzzle. Das herstellt, das c hat doppelt so viele Teile wie das fünftgrößte Puzzle des Herstellers b. Dieses Verhältnis gilt für alle Puzzlegrößen. Das heißt, man hat eigentlich immer das Doppelte. Das heißt, ich habe immer, das heißt, mein cn ist eigentlich nichts anderes wie das Doppelte von bn. Und ich sage jetzt einfach, gut, das Doppelte von bn ist nichts anderes als 2 mal 4000 mal q hoch n minus 1. Also im Prinzip nichts anderes als 8000 mal q hoch n minus 1. Wir müssen da weiter rechnen. Aber schauen wir mal, wo wir uns schon irgendwo finden auf der linken Seite. Nö, nö, nö. Ja, schaut gut aus, da ist es einfach nur 4000 und zwar vertauschen, die Klammer ein bisschen anders gesetzt. Aber das darf ich mit Hilfe der Rechengesetze, Vertauschungsgesetze, Distributivgesetz. Alles kein Thema, es ist genau das gleiche. Und damit haben wir da die Antwort gefunden. Bei einem Bustel für Kinder sind noch vier Lücken für jeweils ein Teil frei. Andreas nimmt eines der vier Teile und versucht so oft, es in jede Lücke zu legen, bis er die richtige Lücke gefunden hat. Dieser Vorgang wird bis zur dritten Lücke durch das nachstehende Baumdiagramm beschrieben werden. Erste Lücke. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Teil nicht passt, naja, die viere, Vorsicht, 1 ziehe ich da aus, so ist es im Dreiviertel, weil eben noch 3 hat die nicht passen und 1, das passt, also 1 Viertel. Sieht man, die Zweige müssen in Summe einfach immer 1 ergeben. 3 Viertel plus 1 Viertel ist 1, 2 Drittel plus 1 Drittel ist 1, 1 Halb plus 1 Halb ist 1. Das müsst ihr euch merken, die müssen immer in Summe 1 ergeben, dort die Zweige. Ja, passt, damit ist die Lücke schon ausgefüllt. Lena wählt ein zufälliges Teil aus und betrachtet die folgenden zwei Ereignisse. Ereignis 1, das Teil passt in Lücke 1. Ereignis 2, das Teil passt nicht in Lücke 1, passt aber dafür in Lücke 2. Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E1 gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E2 ist. Das heißt, was ist die Wahrscheinlichkeit für E1, dass es in die Lücke passt? Die Wahrscheinlichkeit für E2 ist 3 Viertel mal 1 Drittel. Das ist dann nichts anderes als 3 Zwölftel und das ist nichts anderes als 1 Viertel und damit habe ich das gleiche Ergebnis. Gut, das war jetzt ein ganz nettes Beispiel. Aufgabe 8. In jedem Punkt der Erdoberfläche besteht eine Gezeitenkraft, die vereinfacht betrachtet durch Addition von Anziehungskraft des Mondes und Trägheitskraft zustande kommt. Der Punkt A liegt auf der Erdoberfläche. In diesem Punkt sind die zugehörigen Kraftvektoren als Pfeil dargestellt. Also, da ist der Punkt A und Addition als Anziehungskraft des Mondes und der Trägheitskraft. Die durchgezogenen Pfeile symbolisiert die Anziehungskraft, das ist der da. Und der andere, der strichlierte, die Trägheitskraft und Samenzeichen sind die Abbildungen, die haben natürlich die Gezeitenkraft. Also, D2 addiert, ergeben die Gezeitenkraft. Was macht man, wenn man Vektoren addieren möchte? Man verschiebt sie, sodass sie ineinander passen. Ich darf Vektoren da ja beliebig verschieben, solange die Orientierung und die Länge da gleich bleiben. Das heißt, ich darf den Vektor quasi da her verschieben, den strichlierten. So her da. Es bleibt noch immer der gleiche Vektor, weil Länge und Orientierung gleich bleiben. Ich darf den beliebig verschieben mit auf den da irgendwo herzeichnen, solange das das Gleiche bleibt. Gut, und ich addiere jetzt zwei Vektoren. Ich gehe einfach den Weg ab. Zack, der plus der, dann lande ich da. Und das ist das Gleiche, wie wenn ich direkt von A da so runtergehe. Und das da, der da, das ist dann auch unser Ergebnis. Okay? Das war's. Das ist quasi Aufgabe 1. Dann, der Punkt B liegt ebenfalls auf der Erdoberfläche. Auch hier sind die zugehörigen Kraftvektoren als Pfeile eingezeichnet. Siehe nachstehende modellhafte Abbildung. Und die entsprechenden Vektoren sind entlang der eingezeichneten Geraden gespiegelt. Das heißt, wenn man sieht, das ist genau das Gleiche. Das ist eben nur gespiegelt. Ergänzen Sie in der O-Wing-Abringung mit Hilfe von A1 und A2 die fehlenden Koordinaten des Punktes B. Jetzt schauen wir mal. Da steht A1, A2. Das heißt, von der Sinnhaftigkeit her muss ich irgendwas mit Minus A2 stehen. Aber für einen ist A2 dann vielleicht schon ein negativer Wert. So Minus, was weiß ich, wenn wir zum Beispiel sagen, das wäre 2, das wäre Minus 1. Und für einen ist Minus 1 zum Beispiel einfach A2. So soll es sein. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt schaut der Vektor ein bisschen anders. Das ist noch das Gleiche. Das heißt, das ist ganz sicher mein A1, was ich da habe. Das ist A1, die X-Richtung. Und A2 ist die Y-Richtung. Das heißt, das bleibt einfach A1. Jetzt geht aber bergauf und nehmen wir bergab. Das heißt, jetzt muss ich das Minus 1 quasi unter 1. So plus 1, wenn ich es mir so vorstellen möchte. Und wie mache ich das? Ich muss einfach mal ein Minus 1 rechnen. Oder es ist einfach genau quasi, ich schaue jetzt genau in die Gegenrichtung wie vorher. Ich gehe jetzt auf und nehme an. Das heißt, ich habe jetzt da nicht A2. Ich habe da jetzt einfach Gegenrichtung minus A2. Und damit hast du Vektor dann A minus A2. Im Mittelpunkt der Erde ist der Vektor der Drehkeitskraft F der Gegenvektor zur Anziehungskraft A des Mondes. Das heißt, ich habe da irgendwie A und dann habe ich genau einen Vektor, der der Gegenvektor ist. Das heißt, der genau in die andere Richtung schaut und genau gleich ist sonst. So klein, gleich lang und so. F. Das ist genau der Gegenvektor. Ja, ich möchte jetzt nicht nachzudenken, ob ich jetzt wirklich die Kaste richtig gezahlt habe. Aber das ist genau der Gegenvektor. Gut, und wie verhalten die zwei C2 zueinander? Und wenn ich jetzt A mit minus 1 multipliziere, habe ich genau F. Das heißt, das, wir sollen schauen, was nicht passt. Das heißt, das passt. Das ist eine richtige Aussage. Nicht ankreuzen. Dann, diese Aussage würde jetzt heißen, F von A, also F mal A, dass die zwei normal aufeinander stehen. Das heißt, so. Das tun die zwei jetzt, aber nicht so stehen sie aufeinander. Nicht so. Die stehen nicht normal aufeinander. Das sind 180 Grad. 90 Grad. Im 90 Grad Winkel müssen sie aufeinander stehen. Das heißt, die Aussage ist falsch und ist somit anzukreuzeln. Schauen wir uns nur die anderen nach der Vollständigkeit halber an. Die Längen sind gleich. Das stimmt, ja. Das ist ja eine Voraussetzung. Wenn ich die zwei addiere, schon genau in Gegenrichtungen, dann kommt 0 aus. Das stimmt auch. Und F von F minus A. Das heißt, wenn ich jetzt quasi F minus A rechne, das heißt, quasi drehe ich den dann nochmal um und stütteln da dazu, dann habe ich genau 2 mal F, weil ich ein Minus A rechne. Das heißt, das passt auch. Und somit ist wirklich tatsächlich die zweite Aussage, die falsch ist. Nummer B. Bei der Nummer B haben wir jetzt folgende Situation. Bei der Nummer B. Mit Hilfe der sogenannten Triangulierung lässt sich die Entfernung des Erdem und des Mondes bestimmen. Dazu werden unter anderem, ausgehend von den Punkten B und Q auf der Erde, mehrere Winkel bestimmt. Da haben wir Winkel, 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 Winkel. Markieren Sie in der O-Wing-Abbildung den Winkel Gamma für den gilt. Ich komme auf 360 Grad, indem ich 180 minus Alpha rechne. Der Winkel da, ich nenne den jetzt mal Alpha, nein, mal Alpha Strich. Alpha Strich wäre genau der da. Nämlich 180 minus dem, bleibt genau der übrig. Der wäre Beta Strich. Der haben wir da. Und dann haben wir noch Epsilon 1, Epsilon 2 und D, wenn wir ein Viereck, das heißt der, plus der, plus der, plus der da. Und das ist dann eben genau Gamma, ergeben 360 Grad. Stellen Sie eine Formel zur Berechnung von Sinus Epsilon 1 auf. Verwenden Sie dabei Re und Alpha. Im Prinzip interessiert mich jetzt nur der Teil da. Ich kann mich den hier mal außerzeichnen. So, das interessiert mich da wie ein Dreieck. Da hätte ich quasi den Holmwinkel Epsilon, ist mir jetzt aber mal wurscht. Da habe ich Epsilon 1. Da habe ich Alpha Strich. Da habe ich R. Und da habe ich E, ist der Freund da. Aber, und da habe ich Alpha. Ich meine, das ist jetzt Alpha Strich und nicht Alpha. Ich komme hier auf Alpha Strich, komme hier, indem ich 180 Grad minus Alpha rechne. Oder ich komme hier umgekehrt drauf. Wie komme ich M auf? Ich so, ja. Beides passt schon. Okay, lassen wir es sagen. 180 minus Alpha. Das ist schon mal ein schlechter Zusammenhang. Den brauchen wir mal. Weil ich so jetzt hergehe und versuche irgendwie da auf den Winkel Epsilon 1 zu kommen. Und das Ganze schreit schon nach dem Sinussatz, den hier da brauchen wir. Also Sinussatz. So ist es richtig. Da ist der Sinussatz. Das heißt, der Sinussatz ist immer Seite durch gegenüberliegenden Winkel, Seite durch gegenüberliegenden Winkel. Das heißt, ich habe quasi irgendwie das Epsilon 1, 2 brauchen, welche Seite liegt gegenüber R, Seite durch gegenüberliegenden Winkel. Ist das gleiche wie Seite, gegenüberliegenden Winkel von E, E soll ich ja verwenden, E durch und jetzt schreibe ich nicht Sinus von Alpha Strich. Jetzt schreibe ich einfach 180 minus Alpha, weil Alpha Strich ich nicht verwenden darf. Und jetzt formen wir das noch um. Ich rechne einfach mal Sinus von Epsilon 1 und dann habe ich R ist gleich E mal Sinus von Epsilon 1 durch Sinus von 180 Grad minus Alpha. Dann rechne ich nochmal Sinus von Epsilon 1 und durch E, weil ich mich der Sinus von Epsilon 1 hier separieren. Und dann habe ich Sinus von Epsilon 1, das ist nichts anderes als R mal Sinus von 180 minus Alpha durch E. Und das ist genau die Formel, ich schreibe dir da jetzt nicht nochmal drüben hin. Das ist die Formel, die ich suche. Als nächster steht, zeichnen Sie in der O-Wing-Abbildung diejenige Strecke ein, deren Länge L sich mit dem nachstehenden Ausdruck berechnen lässt. Da komme ich mir was mit Kosinus vor. Ja, Wurzel und so, das erinnert uns irgendwie an den Kosinussatz, der sicher auch irgendwo ist. Und zwar genau da. Der Kosinussatz ist ja, ich komme auf die Seite, indem ich in dem Fall für A zum Beispiel B² plus C² minus 2 mal B mal C mal eingeschlossener Winkelrechner. Das heißt, ich arbeite da quasi immer mit den Seiten und dem Winkel, den die zwei Seiten einschließen. Und wenn wir da jetzt L uns anschauen. Die zwei, da habe ich mal R und R. Das heißt für uns, der eingeschlossene Winkel ist Gamma. Und ich brauche irgendwie ein Dreieck. Das heißt, wenn ich da herschaue, könnte ich mal vermuten, dass das da mein L ist. Und das könnte man das ja noch überprüfen, indem ich für das L einfach einmal stumpfsinnig nur den Kosinussatz anwende. Das heißt, ich hätte quasi R² plus R², Seite plus Seite, minus 2 mal R mal Cosinus von eingeschlossener Winkel. Und wenn ich das jetzt vereinfache, hätte ich da eben quasi 2 R². Und da hätte ich quasi minus 2 R² mal Cosinus von Gamma. Kommt hin, oder? Das heißt, die Vermutung ist richtig. Es kann auch nur das sein, weil sonst komme ich da nie mehr auf ein Dreieck. Es muss ja ein Dreieck bilden, damit ich den Kosinussatz bilden kann. Und das kann es quasi nur da sein. Und deshalb ist das da dann mein L. So, allerletzte Aufgabe. In einer Fernsehdokumentation über die Erde wurden einige Überlegungen zur Größe der Erde angestellt. Ergänzen Sie die Deckslücken so. Also bla bla bla. Ergänzen bla bla bla. So, jetzt haben wir es. Die Erde wurde dabei modellhaft als kugelförmig. Genau, das ist das, was ich gesucht habe. Kugelförmig angenommen. Und ergänzen Sie die Deckslücken im Nachstehensatz so durch Ankreuzen, dass eine zutreffende Aussage entsteht. Da steht jetzt, wenn ich den Durchmesser der Erde so, dass ihr Volumen, das heißt, wenn ich was mit dem Durchmesser der Erde mache. Schauen wir uns einmal an, ob wir da eine Formel finden für die Kugel. Kugel, 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 ja, haben wir. Und zwar 4 Drittel mal, und jetzt haben wir Pi mal R hoch 3. Okay. Das heißt, wir schauen uns die mal hin, die Formel da. V ist 4 Drittel mal Pi mal R hoch 3. So, und jetzt steht da, dass man mit dem Durchmesser, was man macht, das heißt, ich muss das auf dem Durchmesser ummünzen. Das heißt, ich habe quasi die halbe hoch 3. So, verdoppelt man den Durchmesser, so, einmal als nächste Option, verdoppelt sich auch das Volumen der Erde. Das heißt, ich habe da jetzt einen doppelten Durchmesser, das heißt, 4 Drittel mal Pi mal 2D halbe hoch 3. Was passiert jetzt, wenn ich das jetzt verdoppelte, wenn ich den Durchmesser jetzt verdoppelte, dann hebt sich das eben genau auf und dann bleibt quasi D übrig. Das heißt, ich hätte D hoch 3 statt D halbe hoch 3. Beim Durchmesser ist das, weiß ich nicht, ein bisschen blöder. Das heißt, ich habe jetzt da natürlich den doppelten Durchmesser. Heißt für uns, was passiert dann mit dem, mit unserem Volumen? Wenn ich den Durchmesser jetzt verdoppelte, dann habe ich quasi, nehmen wir D halbe da. Ich kann das auch außerheben, ich kann da schreiben, vielleicht ist das dann ein bisschen leichter von der Überlegung her, habe ich dann D Drittel, Ochtel, weil 2 auch 3 ist ja 8. Jetzt fällt das Ochtel da ja quasi weg. Jetzt dividiere ich, sonst würde ich das Ganze quasi da durch 8 dividieren. Aber jetzt dividiere ich das Ganze, nehmen wir durch 8, das fällt da jetzt ja weg. Das heißt, ich habe da jetzt quasi 8 Mal so viel wie vorher, wenn ich den Durchmesser verdoppelte. Und wenn man da sieht, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Ich kann ja die ganze gleiche Überlegung auf den Radius anstellen, da ist es vielleicht ein bisschen leichter. Stellt euch vor, ihr verdoppelt den Radius. Das heißt, ihr habt dann da 2R hoch 3. Und wenn ihr 2R hoch 3 habt, habt ihr quasi 2 hoch 3, also 8R. Das heißt, ihr habt da dann wirklich das Ochtfache. So ist es vielleicht ein bisschen leichter zum Vorstellen, wie mit dem Durchmesser. Aber ihr seht, da hätte ich quasi das Ganze noch, wenn ich die Klammer auflöse, durch 8. Das durch 8 fällt jetzt weg. Das heißt, ihr habt es Ochtfache im Vergleich zu vorher. Okay? Ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Das heißt, verdoppelt und verachtfacht werden trotzdem angreizt. Gut, meine Lieben, damit wären wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Es wird auch in Zukunft weitere Videos zur BHS, beziehungsweise zur Berufsreifeprüfung geben. Das heißt, wenn ihr up to date bleiben wollt, lasst mir bitte ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, lasst ein Like da. Würde mich sehr freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Baba.